Ein erneuter, ganz schrecklicher Vorfall hat sich jetzt hier am heutigen Morgen in Wuppertal zugetragen. Wir gucken uns die Situation genau an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du da bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen das hier bei der Polizei NRW, die per Ex das Ganze gepostet hat. Heute Morgen bereits um 10.30 Uhr. Aktueller Einsatz der Polizei an einer Schule in Elberfeld, das ist ein Stadtteil in Wuppertal. Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Es gibt verletzte Schüler, ein Tatverdächtiger ist sicher. Was auch immer hier ist sicher jetzt ganz genau heißen mag. Vielleicht festgenommen oder sonst was. Die Sachlage oder Informationslage ist noch nicht so klar. Und ich habe selten, wirklich selten so viele SEK-Beamte auf einem Haufen gesehen quasi. Bei diesem Schulhof, wo die jetzt da unterwegs sind. Also das sind so viele Dutzende SEK-Beamte. Hier erstmal großen Respekt natürlich an die Polizei, an alle Beteiligten, die hier, auch die Rettungssanitäter und so weiter, die hier eine tolle Arbeit leisten. Man muss sich doch mal überlegen, wie häufig bekommen wir mittlerweile von solchen Situationen mit. Mir fallen schon gar nicht mehr die zahlreichen Ortsnamen ein, weil es mittlerweile so viele sind. Ich habe in diesem Jahr alleine schon mehrere Videos zu solchen Situationen in Deutschland gemacht. Wir haben es letztes Jahr, das weiß ich noch, in Hamburg auch gehabt, dass zwei Kandidaten mit einer Fake-Attrappe ihre Lehrerin und auch die Schüler bedroht haben in einer Klasse, sind dann weitergezogen zu einer anderen Schule und haben dort mit anderen Schülern gemeinsam auch noch solche Sachen gemacht. Und immer häufiger, habe ich die persönliche Wahrnehmung, bekommt man solche Situationen hier mittlerweile mit. Und da dieser Kanal hier natürlich auch eine Informationsmöglichkeit an Betroffene hat, die Anlaufstelle für Eltern befindet sich an der Südstraße 29, das ist der Parkplatz der Schwimmoper, so heißt das da. Das Gebäude ist geräumt, heißt es hier, vor 41 Minuten die Schüler sind in Sicherheit und werden betreut. Ja, und ich hoffe, dass das natürlich jetzt zu keinerlei irgendwelchen Problemen bei den Schülern führen wird, insofern, dass sie dadurch irgendwelche traumatisierenden Erlebnisse bei sich im Kopf haben werden, wenn jetzt hier tatsächlich ein Schüler mit einem Messer mindestens vier Opfer hat. Wie auch immer und wie schwer die verletzt sind, die BILD berichtet hier, Hier holen sie die Kinder aus der Schule, Amoklauf an Wuppertaler Gymnasium, Polizei fand den Messerstecher blutend, im vierten Stock mindestens vier Opfer. Man kann hier wirklich nur die Daumen drücken und hoffen, dass das nicht noch mehr sein wird. Leute, 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 es ist wirklich, wir leben in wirklich aufgebrachten Zeiten, möchte ich dazu sagen. Es ist einfach krass. Wie es hier heißt, am Donnerstagmorgen soll ein Jugendlicher auf seine Mitschüler losgegangen sein. Nach BILD-Informationen wurden mindestens vier von ihnen verletzt. Vier, wie schwer, ist noch unklar. Wie BILD erfuhr, stuft die Einsatzleitung die Messerattacke nach dem Jetz im Stand als sogenannten Amoklauf ein. Da mag man sich doch mal überlegen, wollen wir wirklich in diese amerikanischen Verhältnisse gehen, wo es offensichtlich ja hinkommen wird. Glaubt mir, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Bei der sehr, sehr häufigen Situation, dass eben so etwas passiert mit Pistole, mit Messer oder auch anderen bewaffneten Situationen, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir am Flughafen und in US-amerikanischen Schulen, sehen wir das ja auch sehr häufig, dass dort eben Metalldetektoren sind. Dass wir in Deutschland ja teilweise auch schon Schulen haben, wo Sicherheitskräfte von privaten Security-Unternehmen eingestellt werden müssen, weil dort so viel passiert. So zum Beispiel die Massenschlägerei. Ich glaube, das war in Berlin oder in Hamburg, eins von beiden, habe es auswendig nicht mehr im Kopf, was ja gerade im letzten Jahr auch passiert war. Mit dutzenden verletzten Schülern, mit verletzten Lehrern, selbst die Rektorin, die verletzt war, etc. Es nimmt kein Ende mehr. Im Gegenteil, es scheint nur noch häufiger mit diesen Anschlägen und Einschlägen hier zu kommen. Und es wird auch immer krasser. Denn das sage ich ja häufig in meinen Videos, dass die Hemmschwelle bei den Tätern nicht mehr hier liegt irgendwo. Hemmschwelle ist das richtige Wort dafür, einfach zu haben und Taten nicht zu begehen, sondern die Hemmschwelle ist nur noch hier unten und es wird ganz, ganz schnell irgendetwas gemacht. Dass die Polizei hier mit Hubschrauber unterwegs ist, dass die Polizei mit dutzenden SEK-Einsatzkräften da ist, das sehen wir dann beispielsweise auch hier, hatte ein User per Ex gepostet. Guckt euch das mal an, wie viele Runden hier der Hubschrauber gedreht ist. Da fragt man sich doch, wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen? Wo soll das alles noch hinführen, was hier passieren wird? Denn klar, die haben nämlich die Angst, die Befürchtung und wollen jetzt hier komplett dagegen vorgehen und sicher sein, dass es nicht noch einen Mittäter gibt. Weil man davon mittlerweile ja auch schon immer wieder häufiger hört, dass es nicht nur ein einziger war. Aber die BILD hat noch ein paar weitere Informationen. Der Täter ebenfalls verletzt und befindet sich jetzt unter Polizeibewachung im Krankenhaus. Ob er sich die Verletzung selbst zugefügt hat oder weil der Festnahme wiederum verletzt wurde, ist allerdings noch unklar, wie es hier heißt. Ja, und das, was man zu der Situation, zu dem Ablauf weiß, die Beamten lösten um 9.52 Uhr einen Großeinsatz aus, also direkt heute Morgen. Spezialeinheiten sowie Feuerwehr und Rettungskräfte rasten zu dem Gymnasium in NRW. Im vierten Stock des Schulgebäudes konnte der Täter um 10.20 Uhr von der ersten eintreffenden Polizeieinheit überwältigt werden, also bereits eine halbe Stunde danach. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Angreifer da bereits selbst verletzt, heißt das. Ob es wirklich so ist, wir haben ja gerade eben gelesen, wissen wir noch nicht ganz genau. Weil der Verdächtige blutend am Boden lag, konnte die Polizei anfangs nicht ausschließen, dass er einen Mittäter hat. Das könnte ja auch wirklich sein und deswegen halt auch dieses große Suchaufgebot, was jetzt aktuell noch unterwegs ist, könnte ja wirklich sein, dass er sich selber verletzt hat, verletzt wurde oder sonst was und der andere ist selber unterwegs und weiß man nicht. Die Einsatzleitung alarmierte alle Spezialeinheiten in NRW, wie es hier heißt. Ihr merkt das, ich muss wieder 20.000 Mal schlucken bei diesem Thema, weil ich mir, ich will es nicht, aber ich mache es automatisch, vorstelle, wie krass es sein muss für deine, für die betroffenen Eltern dieser Schüler und auch für die Schüler natürlich selbst und die Lehrer, dass du so einen Anruf dann bekommst. Ja, holen Sie Ihr Kind bitte ab oder kommen Sie bitte schnell zur Schule und im schlimmsten Fall heißt das, naja, kommen Sie nicht zur Schule, sondern kommen Sie zum Krankenhaus. Oder im noch schlimmeren Fall, wir haben hier eine schlechte Nachricht für Sie und da kommt mir wirklich alles einfach bei hoch. Das ist so unvorstellbar. Aber wir wissen ja, dass über die Messersituation in Deutschland immer und immer häufiger passiert. So zum Beispiel gab es eine ZDF-Reportage, die gerade mal vor einer guten Woche rausgekommen ist. Sehen wir ja hier, 34 Messerangriffe pro Tag in Deutschland. Pro Tag. Es werden ja erst diese Statistiken über Messerangriffe seit ein paar Jahren gemacht. Leider nicht seit der Situation vor 2015, das würde mich mal interessieren. Und 2010, 2025 und so weiter. Einfach um einen längeren Vergleichszeitraum dazu auch zu sehen. Aber da muss man sich ja fragen, warum wird das noch gar nicht so lange gemacht, weil es nicht so häufig passiert ist. Und jetzt 34 statistisch gerechnet pro Tag. Nein Leute, wir brauchen ein anderes Sicherheitskonzept in Deutschland. Es muss definitiv sich hier massiv etwas ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Und die, ja, ich sag mal, amerikanischen Verhältnisse mit Metalldetektoren, privaten Security-Unternehmen und so weiter. Wie gesagt, das haben wir ja teilweise in Deutschland schon mit Security. Das wird Einzug gehalten. Aber das kann nicht die Lösung sein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten. Und an die Betroffenen gute Besserung. Ciao.